. Supers am Tisch, Meghan begeistert mit ihren Pumps das Netz. Am 19. . Mai werden sich Meghan Markle, 36, und ihr verlobter Prinz Harry, 33, auf Schloss Windsor die ewige Liebe schwören. Auf öffentliche Auftritte begleitet die US-Amerikanerin die Blaublüte allerdings schon seit der Bekanntmachung ihrer Verlobung. Besonders ihre Outfits werden dabei genau unter die Lupe genommen. Inzwischen hat sich die brünette Schönheit aber bereits zu einer wahren Fashionista gemausert, alle wollen ihre Stöhles nachkaufen. . Jetzt entzückte die Stilikone mit rostfarbenen Sandpumps wieder das gesamte Netz. Am Freitagvormittag starteten die Ex-Suit-Darstellerin und ihr bald Ehemann der Hauptstadt von Nordirland ihren ersten offiziellen Besuch ab – und das völlig überraschend. Die US-Amerikanerin gab sich dennoch gewohnt stillsicher. . Ein Detail stach dabei besonders hervor, ihre eleganten Pumps in rostfarbenem Sand. . 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 Untertitelung. BR 2018